Das kann nicht so einfach sein. Diesen Spruch habe ich sehr oft gehört. Es gibt eine familia-individuelle Variante, die begann damit, aber, Ulrich, du kannst doch nicht alles in Frage stellen, was die Professoren sagen. Das war so in der Anfangszeit meines Medizinstudiums, zu einem Zeitpunkt, wo man mich damit durchaus noch erschüttern konnte. Aber es war mir bereits aufgefallen, dass die Wissensvermittlung in der Schule und auch an der Universität im Wesentlichen auf Auswendiglernen beruht. Und nur deshalb ist ja auch so etwas wie Multiple-Choice-Antworten ankreuzen, die man vorher auswendig gelernt hat, überhaupt möglich. Überall dort, wo es um das wirklich tiefere Verstehen geht, würde man als gebildete Person tatsächlich scheitern. Denn das wirkliche, naturwissenschaftlich klare und menschliche Denken ist etwas, was uns üblicherweise im Bildungssystem und damit später auch, weil es ja eine tiefe innere Prägung auslöst, nicht begegnet. Dabei ist es prinzipiell einfach und schafft die Voraussetzungen für wirkliche Kompetenz. Es bedeutet nichts anderes, als auf die Reise zu gehen, mit allen vorhandenen körperlichen Sinnen, Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken und der Bewegungswahrnehmung das Umfeld zu entdecken, was wir als kleine Kinder ganz natürlicherweise tun. Und so sammle ich sinnliche Wahrnehmungen, ich sammle Fakten. Und so wie ich Fakten sammle, bekomme ich früher oder später einen Eindruck des Gesamtzusammenhangs und kann eine Schlussfolgerung ziehen, die unter Umständen dann zu einem einfach formulierten Naturgesetz wird. Und wer nun glaubt, dass das kompliziert wäre in dieser Schlussfolgerung, der irrt. Denn ein Naturgesetz ist zum Beispiel einfach damit benannt, dass ich die Aussage finde, alles folgt dem Weg des geringsten Widerstandes. Und bei allem, was ich bewegen kann, ist das genauso zu beobachten. Ob ich Wasser oder sichtbare Gase in Bewegung betrachte, ohne Hilfsmittel, ohne Mikroskop oder andere Dinge, denn nur dann, wenn ich eine sinnliche Wahrnehmung in den Mittelpunkt stelle, die jeder nachvollziehen kann, ist sie auch frei von jeder Diskussionsfähigkeit. Erst dann ist es legitim, ins Mikroskop zu schauen. Denn dann habe ich eine Referenz in der sichtbaren, sinnlich wahrnehmbaren Natur, um eine Idee davon zu bekommen, was ich im Mikroskop tatsächlich sehe und nicht blind herumstochern und vermuten muss, Konzepte, Modelle entwickle, die die Wirklichkeit treffen können oder auch nicht. Was ich hier beschreibe, ist nicht auf meinem sprichwörtlichen Mist gewachsen, sondern es ist die Herangehensweise, die notgedrungen jeder echte Wissenschaftler in den früheren Jahrhunderten praktizieren musste. Mit Muße die Natur studieren. Ein letztes bemerkenswertes Beispiel jüngerer Geschichte wäre Nikola Tesla, der das Wasser studiert hat, um auf der Grundlage der Wasserbewegung eine Idee davon zu bekommen, wie man Wechselstrom technisch nutzbar machen kann, ihn überhaupt erst finden konnte. Und darauf beruht unsere gesamte moderne Technik, unser gesamtes modernes Leben. Das ist Simplonik. Simplonik ist ein Kunstbegriff, den ich geschaffen habe, um diese natürliche, menschliche, wissenschaftliche Herangehensweise aufzugreifen, zu schulen, damit jeder, auch der wissenschaftliche Laie im täglichen Leben, die Möglichkeit hat, Wissen zu gewinnen, Wissen, was nicht diskussionsfähig ist, Wissen, das kompromisslos klar anwendbar ist. Insofern hat jeder die Möglichkeit, auf dieser Seite Simplonik als Grundwissenschaft zu studieren, für sich zu Hause mit vielen Perspektiven und Möglichkeiten das tägliche Leben zu bereichern, aus der Abhängigkeit an Spezialisten herauszuwachsen, einen Spezialisten nach wie vor, nehmen wir beispielsweise Therapeuten, zu Rate zu ziehen, um dann eine eigenständige, kompetente Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus bietet diese Seite unter der Überschrift »Angewandte Simplonik« die Möglichkeit, ein Instrumentarium zu nutzen, was ich auf der Grundlage der Simplonik als Grundlagenwissenschaft im Laufe der Jahre aufgrund meiner medizinischen, psychologisch-psychotherapeutischen Vorgehensweise gefunden habe. Dinge, die jeder für sich selber zu Hause anwenden kann, als Instrumente im täglichen Leben nutzen kann. Ob das nun beispielsweise Mineralienmischungen sind, um eine Basisversorgung des Körpers zu gestatten, denn die Mineralien sind der einzige Engpass, dem wir in der Ernährung ausgesetzt sind. Das ist sehr gut untersucht und seit wenigstens 200 Jahren bekannt. Oder aber die Stoffwechselrenaturierung, um seine eigene individuelle Ernährung zu finden, naturgesetzlich korrekt hergeleitet. Also das bitte ich dich klar voneinander zu trennen. Simplonik als Grundlagenwissenschaft. Du wirst auf dieser Seite eine Fundgrube an Möglichkeiten dir erschließen können, damit dein tägliches Leben auf eine klare Wissensgrundlage zu stellen und die angewandte Simplonik, die es gestattet, mit den von mir entwickelten Instrumenten in den wesentlichen Lebensbereichen an Kompetenz zu gewinnen. Viel Freude bei diesem Studium! Viel Freude bei diesem Studium! Viel Freude bei diesem Studium!